Herr Oberbürgermeister Gönner, lieber Herr Kuhlitz, meine sehr verehrten Damen und Herren von den Fraktionen, Herr Heimel, Ihnen haben wir viel zu verdanken, dass wir uns in so einem tollen Infrastrukturprojekt beschäftigen dürfen, weitaus mehr, als es uns vielleicht am Anfang überhaupt wie uns in den schönsten Träumen vorstellen konnten. Herr Heimel, Ihnen haben wir viel zu verdanken, dass wir uns in so einem tollen Infrastrukturprojekt beschäftigen dürfen, weitaus mehr, als es uns vielleicht am Anfang überhaupt wie uns in den schönsten Träumen vorstellen konnten. Vielen Dank.